Schon als Kind lernen wir, dass Aufgeben etwas Schlechtes ist. Aber dieses Buch hier sagt was anderes. Und ich glaube, die absolute Produktivitätsbibel ist dieses Buch hier. Und ich habe dieses Buch noch nie gelesen, obwohl ich davon so viel Gutes schon gehört habe. Ich glaube, das ist halt ein richtiger Klassiker. Ich habe immer das Gefühl, dass es schon alle gelesen haben oder wenn nicht, alle lesen wollen. Ich habe mir dieses Jahr als Ziel vorgenommen, 21 Bücher zu lesen wegen 2021. 21 Bücher, versteht ihr? Und da ich von euch immer wieder Fragen bekomme, welche Bücher ich empfehlen kann, welche Bücher ich momentan so lese oder noch lesen möchte, dachte ich mir, zeige ich heute einfach mal diese 21 Bücher, die ich dieses Jahr lesen möchte. Die meisten Bücher würde ich als selbstführenden Bücher bezeichnen und so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung einordnen. Aber ihr könnt ja selbst gucken, wie ihr es findet. Und vielleicht ist ja auch ein Buch für euch dabei. Viel Spaß beim Angucken. Auf meinem Kanal geht es sehr viel um die Themen Produktivität, Zeitmanagement, wie kann man seine Zeit effektiv nutzen, Organisation, To-Do-Listen und so weiter. Und ich glaube, die absolute Produktivitätsbibel, wie sie von vielen genannt wird, ist dieses Buch hier, Getting Things Done von David Allen. Wenn man sehen kann, habe ich auch schon ein bisschen angefangen und habe die ersten Seiten davon gelesen. Das ist mein sehr tolles Lesezeichen. Ja, wie auch schon gesagt, habe ich öfter gehört, dass dieses Buch als Produktivitätsbibel bezeichnet wurde, weil da so die ganzen Basics und Grundlagen zum Thema Zeitmanagement, Produktivität und so weiter drin sind. Natürlich werde ich euch alle Bücher in der Infobox verlinken. Ich lese die meisten Bücher in Englisch, aber ich werde sie euch versuchen, in Deutsch zu verlinken. Und da ich diesen Klassiker sozusagen noch nie gelesen habe, möchte ich es auf jeden Fall in diesem Jahr machen. In einem meiner letzten Videos haben wir unser Jahr 2021 zusammen geplant und haben uns auch ein Leitwort ausgesucht. Also ein Wort, das uns durch das Jahr 2021 leiten soll und uns ein bisschen helfen soll. Mein Wort war das Simplicity, also Einfachheit. Und um das Thema vereinfachen, effizienter und schlauer arbeiten geht auch dieses Buch hier. Die vier Arbeitswochen... Wie heißt es auf Deutsch? Auf Deutsch heißt es die vier Stunden Arbeitswoche, glaube ich. Ich habe das Buch auf Englisch, wie man hier schwer erkennen kann. Es soll einfach darum gehen, wie man seinen Arbeitsalltag besser gestaltet, wie man jetzt ein Team hinter sich hat und das Ganze besser und effizienter und vor allem schlauer gestaltet, damit man es schafft, die Zeit effizienter zu nutzen, um dementsprechend nicht mehr so viel Zeit mit der Arbeit zu verbringen, sodass man mehr Freizeit hat. Übrigens, falls sich die Themen interessieren, über die ich in diesem Video gerade rede, kannst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Selbst am Kanal geht es genau um diese Themen und du wirst jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video hier finden. Okay, kommen wir jetzt zum dritten Buch und ich glaube, noch nie wurde mir ein Buch so oft empfehlen wie dieses Buch. Und so heißt es, The Life-Changing Magic of Tidying Up, beziehungsweise auf Deutsch, die... Weiß ich gar nicht auf Deutsch, wer ist denn das auf Deutsch? Okay, also auf Deutsch heißt es Buch Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Und ich habe ja auch schon mehrere Videos zum Thema Ausmisten und Aufräumen gemacht und da wurde mir dieses Buch einfach so oft empfohlen. Und es ist, glaube ich, auch ein ziemlich bekanntes Buch und ich freue mich schon sehr darauf, das bald mal zu lesen. Eat the Frog. Eine Phrase, die du bestimmt schon kennst, falls du meinen Kanal kennst. Da ich diese Methode sehr oft erwähne und zwar geht es bei der Eat the Frog-Methode darum, das Schlimmste zuerst zu machen. Also sozusagen den Frosch als erstes zu essen und die schlimmste, blödeste Aufgabe, einem Tag zuerst zu machen. Und diese Methode stammt aus dem Buch Eat the Frog von Brian Tracy, wie hätte ich es gedacht. Und so habe ich immer die deutsche Variante 21 Wege, um seinen Zauner zu überwinden und in weniger Zeit mehr zu erledigen. Also es geht wieder um Produktivität, würde ich sagen, und um Effizienz und um Time Management wahrscheinlich auch. Und da gibt es wieder einige, oder hoffe ich, einige tolle Methoden, um seine Zeit ein bisschen effizienter zu nutzen. Im nächsten Buch geht es um Minimalismus. Und zwar mal eine ganz bestimmte Art von Minimalismus und zwar um Digital-Minimalismus. Und so heißt das Buch auch, es heißt Digital Minimalism, also digitaler Minimalismus. Und ich habe mich ja jetzt schon seit ungefähr einem Jahr mit dem Thema beschäftigt, Minimalismus, und finde das Thema einfach so spannend. Habe mich aber tatsächlich da nicht so viel mit dem digitalen Minimalismus beschäftigt und freue mich da jetzt sehr, darüber mehr zu lesen in diesem Buch. Vom gleichen Autoren gibt es ein Buch namens Deep Work, also sozusagen tiefe Arbeit, aber das sagt man nicht auf Deutsch. Wie sagt man das? Es geht um fokussierte Arbeit. Ja, es gibt kein neues Wort dafür. Ich habe ja schon öfter mal in meinem Video erzählt, dass ich Multitasking schlecht finde und deswegen auch versuche nicht mehr zu multitasken. Und ich habe diesen Ratschlag aus Videos oder Artikeln, die halt genau dieses Buch ansprechen und über dieses Buch reden. Und das heißt, dieser Ratschlag kommt eigentlich aus diesem Buch Deep Work und ich möchte dieses Buch auf jeden Fall lesen, da ich glaube, dass da sehr hilfreiche Tipps drin sein können zum Thema, wie man fokussierter arbeiten kann. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dieses Buch auf jeden Fall dieses Jahr auch zu lesen. Ich persönlich bin voll eine Person, die versucht immer allen alles recht zu machen und immer versucht von allen gemocht zu werden. Da ich auch ein sehr perfektionistischer Mensch bin und ich hoffe, dass mir dieses Buch hier Du musst nicht von allen gemocht werden, vielleicht ein bisschen die Augen öffnen oder meinen Blickwinkel vielleicht ein bisschen verändern. Es geht halt darum, nicht von allen gemocht zu werden. Und ich habe von diesem Buch sehr viele verschiedene Rezensionen und Meinungen gehört. Die einen meinten, es war das beste Buch, was die jemals gelesen haben. Die anderen meinten, es war super, super schlecht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ich das Ganze empfinden werde. Natürlich könnt ihr aber auch eure Meinungen zu den ganzen Buchern in die Kommentare schreiben, falls ihr davon schon eins gelesen habt. Das würde mich auch sehr interessieren und sehr freuen. Wie man Freunde gewinnt, ist es meine absoluten Lieblingsbücher. Und von gleichen Autoren habe ich noch das Buch Besorge dich nicht, lebe. Die Kunst zu einem von Ängsten und Aufregungen befreiten Leben zu finden. Wie gesagt, es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Deswegen freue ich mich sehr, von ihm noch mehr zu lesen in diesem etwas dickeren Buch. Und bin sehr gespannt, was er noch so zu sagen hat. Ich glaube, wir handeln oft aus Gewohnheiten, aus Routinen raus. Und hinterfragen oft unsere Handlungen gar nicht, ob sie vielleicht falsch sind. Und ob wir besser handeln könnten, sozusagen. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch hier, die Kunst des klugen Handels. Und dann gibt es so einige Fehler in unseren Handlungen. Und es gibt sozusagen 25 Fehler, beziehungsweise hier werden sie als Überwege bezeichnet. Und die, unser Handeln, Fehler, die wir eliminieren sollten. Boah, ich kann heute auch nicht mehr reden. Es gibt davon auch noch einen anderen Teil, nämlich die Kunst des klugen Denkens. Mit Denkfehlern, die wir jeden Tag machen. Und das Buch habe ich auch gelesen und fand es sehr toll. Und das ist sozusagen jetzt die Fortsetzung. Und ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Bin auch mega gespannt, was der Autorin dann noch zu sagen hat. Und welche Fehler am Handeln wir noch so täglich machen. Wenn sie sich eher in den Prozess als in das Produkt verlieben, müssen sie nicht warten, um sich die Erlaubnis zu geben, glücklich zu sein. Ich glaube, ich kenne aus keinem Buch so viele Zitate wie aus dem Buch Atomical Bits von James Clear. In diesem Buch geht es darum, sich richtige Gewohnheiten zu setzen, beziehungsweise richtige Systeme zu setzen und vorzunehmen. Und ich habe dieses Buch noch nie gelesen, obwohl ich davon so viel Gute schon gehört habe und so viele Zitate davon kenne. Und deswegen möchte ich es auf jeden Fall dieses Jahr nachholen. 80% deines Erfolges kommt von 20% deines Gesamtaufwandes. Ich glaube, das 80-20-Prinzip ist nichts unbedingt Neues. Und es gibt auch schon mehrere Bücher dazu. Aber ich möchte auf jeden Fall, mich mehr darüber informieren. Meines Wissens nach geht es in diesem Buch wieder um das Thema, wie man unnötige oder nicht-essentielle Dinge eliminiert, um die wichtigen Dinge hervorzuheben und sich darauf zu fokussieren, wichtige und essentielle Dinge zu machen. Denn wie das Prinzip auch schon sagt, machen 20% deines Gesamtaufwandes, 80% deines Ergebnisses, beziehungsweise deines Erfolges aus. Und es ist halt eigentlich ziemlich krass, wenn man darüber nachdenkt. Schon als Kind lernen wir, dass Aufgeben etwas Schlechtes ist. Aber dieses Buch hier sagt was anderes. In diesem Buch, The Dip, wird einem beigebracht, beziehungsweise wird erklärt, ab wann man aufgeben sollte und wann man weitermachen sollte. Es ist meiner Meinung nach ein ziemlich kurzes Buch. Es hat ungefähr 100 Seiten, also wirklich sehr wenig. Ich denke mal, das kann man in einigen Stunden auslesen oder vielleicht sogar in einer Stunde, in der ich noch irgendwie schnell mal liest. Aber ich bin mega, mega gespannt auf die Aussagen dahinter, weil mich das Thema Aufgeben eigentlich noch nie so krass irgendwie... Also ich habe dazu noch nicht so viel gelesen oder gehört oder gelernt. Deswegen ist es eigentlich ein ganz neues Thema, was aber eigentlich ziemlich spannend ist. Deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich auch sehr auf dieses Buch. Übrigens, falls dir das Video bis hierhin gefällt, kannst du mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben oder auch den Kanal abonnieren für mehr Videos dieser Art. Denn ich lade jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video hoch zu genau diesen Themen, die ich auch in diesem Video angesprochen habe. Ansonsten kannst du auch das Video mit deinen Freunden teilen. Ich glaube, das war auch ziemlich cool. Dann könnte ich vielleicht so eine Lese-Challenge machen und euch ein bisschen challengen oder vielleicht auch natürlich Buchtipps geben. Aber jetzt mal weiter mit dem Video. Das waren jetzt so die Selbsthilfebücher zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich habe noch einige andere Bücher, beispielsweise zum Thema Umweltschutz, Spiritualität, Buddhismus, ja, Philosophie. Und ich werde euch diese auch noch mal ganz kurz jetzt im Schnelldurchlauf kurz zeigen. Das erste Buch ist das Buch der Alchemist. Und ich glaube, das ist halt ein richtiger Klassiker, beziehungsweise ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es schon alle gelesen haben oder wenn nicht, alle lesen wollen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist ein philosophisches Buch und eigentlich lese ich nicht so viel mit Philosophie. Meine beste Freundin liest darüber sehr viel. Und deswegen habe ich von ihr auch schon öfter gehört, dass sie dieses Buch unbedingt mal sich da von mir ausleihen möchten, das zu lesen. Das zweite Buch ist, ihr habt keinen Plan. Darum machen wir einen. Und da geht es um das Thema Umweltschutz. Und ich habe auch schon letztes Jahr darüber einiges gelesen. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Buch sagt. Denn es sind sozusagen zehn Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft. Also es ist sehr strukturiert und es gibt zehn Bedingungen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das nächste Buch ist jetzt, beziehungsweise auf Englisch heißt das The Power of Now. Und ich sage es deswegen, da ich das Buch schon mal angefangen habe, auf Englisch zu hören, also als Audiobook, Audiobook als Hörbuch. Aber ich fand es irgendwie super schwer, sich anzuhören, weil ich generell irgendwie in Hörbüchern nicht so gut bin, weil ich schnell vom Kopf her abschneide, wenn ich was anderes nebenbei mache. Aber ich fand die Sprache auch relativ schwer zu verstehen. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe es mir jetzt nochmal als Buch. Ach ja, es geht übrigens um das Thema Achtsamkeit und das Leben im Jetzt. Ja, die Kraft der Gegenwart ist ja unser Titel. Ich interessiere mich sehr für den Buddhismus und dachte mir, ich kaufe mir dann auch dieses Buch Buddhismus kurz und bündig, wo nochmal so die Grundprinzipien und Grundpraktiken des Buddhismus oder der Vorstellungen, der Philosophie niedergeschrieben wurde. Und ich bin sehr gespannt, darüber dann mehr zu lesen. Als nächstes haben wir das Buch The Universe Has Your Back. Und es ist ein spirituelles Buch und ich habe es auch schon angefangen zu lesen, wie man hier vielleicht erkennen kann. Ja, es ist halt einfach ein spirituelles Buch, wo es halt um das Universum geht. Und ich glaube, es ist halt schwierig, das Buch nachzuvollziehen oder zu lesen, wenn man nicht ans Universum glaubt. Und ich habe an einigen Stellen auch meine Probleme damit, mich da so reinzufühlen in das Buch und dem so ein bisschen zu glauben. Und es geht halt vor allem viel um Glauben und Vertrauen, weil es geht halt darum, wie man sich immer sicher fühlt und seinem Leben vertraut, beziehungsweise dem Universum vertraut. Aber es ist halt zum Beispiel, wenn man an das Universum nicht glaubt, wenn man ja dem Universum vertrauen soll. Wenn man aber an das nicht glaubt, dann ist es halt so ein bisschen so ein Paradox deswegen. Dann haben wir noch dieses Buch hier zum Thema Marketing. Ich glaube, es geht darum, also ich kenne es natürlich noch nicht, aber soweit ich weiß, geht es darum, wie man Sachen richtig vermarktet. Und ich habe diese Buchempfehlung aus einer Podcast-Folge mal gehört und habe mir sie dem aufgeschrieben, möchte es so eigentlich seit einem Jahr oder so lesen. Okay, nicht ganz seit einem Jahr, aber seit längerer Zeit schon lesen. Und jetzt habe ich das endlich und ja, bin sehr gespannt auf das Buch. Das allerletzte Buch ist das Buch Everything is Figureoutable. Und soweit ich weiß, geht es in diesem Buch darum, wie man mit Rückschlägen zurechtkommt, wie man gute Gewohnheiten aufbaut und wie man mit Aufgeben und, was ist das denn andersrum für Rückschläge? Für, ähm, hier, was ist denn das Nomen? Für Verlieren. Verlust. Aber nicht Verlust, sondern wie man selbst was verliert. Wie man damit umgeht und damit zurechtkommt. Und dass es okay ist und dass man alles wieder hinkriegt. Nein, ich habe noch ein Buch vergessen und zwar ist es dieses Buch hier. Ich habe nämlich letztes Jahr das Buch Rich Dad Poor Dad gelesen und es... gelesen? Und es geht in diesem Buch... Und das ist hier so die Vorsitzung davon und es geht da um Finanzen und Wirtschaft. Genau. Falls du dich generell für das Thema Lesen und Bücher interessierst, kannst du ja gerne meinen Kanal abonnieren für mehr Videos dieser Art. Schreib doch mal sehr gerne ein Buch, was du dieses Jahr lesen möchtest in die Kommentare und dann können wir uns so ein bisschen austauschen und vielleicht finden wir dann noch mehr gute Buchtipps für uns alle in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuckung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. Tschüss!